Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Rayman Legends. Wir prügeln uns noch ein bisschen, Andreas Braveheart und Barbara, die Königin der Hügel. Au, fuck, ich hatte das gleiche vor. Dann geht's los, ja? Zeigen wir denen mal, wo es Frauen soll es können. Durch. Total. Nein? Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Du bist die Fette. Ach, ich bin blau. Du bist der einzige Charakter mit Waffe. Murphy-Level. Kein nix. Okay, alles klar. Hä? Nee, der kann nix. Der ist ja niedlich. Ähm. Ah. Immer alles nach dem Ende. Oh, wir haben gar nicht mehr gefunden. Oh, wir haben gar nicht mehr gefunden. Oh, Spacko. Das Spiel hat das gesagt. Ach du Scheiße. Erstmal springen. Ach so. Ja, nur dass die an verschiedenen Stellen... Nee. Braveheart. Braveheart. Mit einem Asterix-Helm. Durch. Was gibt's geileres? Das Spiel... Shit. Geld. Ruhm und Reichtum. Uh! Dieses chauvinistische Arschloch. Mit seinem Steampunk-Gleiter. Drauf doch. Wir müssen erstmal hoch. Wait. Ach du Scheiße. Einfach springen. Oh, die habe ich nicht gesehen. Dein fetter Arsch war weg. Okay. Boah! Oh Scheiße! Boah Bruder! Wow! Du musst das zweite direkt drehen, damit ich den Boden zum Stehen habe. Dam, 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 dam. In der Richtung wäre nicht gewesen, aber gut. Ja... Warte. Oh Junge, ey. Das ist gar nicht so einfach mit dem Boden. Ja, ja! Hallo schon. Dieses... Das ist doch nicht mal ein Schwert, was sie da hat. Das ist doch... Keine Ahnung. Braveheart. Braveheart Speer. Extended Version. Du... Kommst du? Ähm... Ich kann nicht. Ich bin immer noch gemurphied. Mich muss nicht so einfach... Wo ist die? Es geht gar nicht so viel. Schönes Level. Na. So geträumt zu werden, hat was. Kommt mir gleich eine Prinzessin vor. Yay, yay, yay! Walljump. Was ist denn da, warum die Musik schneller? Ich weiß es nicht. Ich will ihn töten. Nein! Hu! Hu hu hu! Fuck, 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 fuck! Holy balls! Wixing kaputt! Kann ich nicht. Wixing kaputt! Frauen an die Macht! Und Murphy! Wir sollten den Gegner unseren Nacken und Hintern zeigen. Ja, Mann! Wixing kaputt! Fua! Voll drin, das Zeug! Yay, yay, yay! Das sind wir hier. Noch ein Braveheart. Nein, Batman. Batman Braveheart? Nein! Aber sie hat doch auch ein... Ja, das ist der Schatten. Aber guck dir die Flügel, das ist Batman-Batterilla. Awesome. Okay. Ähm. Der Flug der Kröte. Gut! Aaaaah! Warum hast du es gekriegt? Ich bin Braveheart. Warum hast du es gekriegt? Was? Oh nein, wir haben beide eins. Ich habe keine Faust, ich habe ein Messer. Aber wir haben Fäuste. Ja, aber ich habe ein Messer. Äh, Schwert. Dings am Stiel. Ah, Fuhr! Ja, ey. Scheiß Behindertenfeuerkröten-Dingi. Du Uhrensohn. Pils! Was? Warum bist du fett? Weil ich auf den Pilz gesprungen haben wollte. Du ihn getötet hast und ich deswegen vorhin abgelandet bin. Ach so. Ups. Wupsala! Ha! Fühlt sich nicht toll an, ne? Tja. Ähm. Runter da! Ich glaube es geht schlecht aus. Was ist das für eine... Imba-Faust-Fähigkeiten? Behindertefeuerkirchen? Ja, doch schon mal. Ja, mit diesem Boss-Gegner, ja. Aber jetzt einfach so im Level? Ja, wir fliegen. C fliegen. C fliegen. Batman. Lalalalalalalalala… Barbara!!! Lalalalalalala… Reiford Mann weil die bleibt auch einfach in der Luft stehen damit das ist total geil Flammenwerfer Kröten Dingsies Störb du Hurensohn Halt die Schnauze Hey Was meinst du Gegner Was natürlich die Gegner Achso ja natürlich Sterben sollen sie Stereben Hurensohne Oh da gehts hoch So Ohr Hübschen wieder vergewaltigt Sklaven halt Wow 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 Du bist fett mein Freund Ah Okay Mien denn Yay Los Sklavengeld Du kannst nix Ich komm mir vor wie in so einem Arcade Da ist uns doch leider die Aufnahme abgeschmiert Einen wunderschönen guten Morgen Mittag oder Abend zum zweiten Was nein ich Ja danke ich hab Schnittarbeit jetzt Lesen wir das Feinde Aus Einer Anderen Welt Haben Bereits Besuchtes Besuchtes Gemälde Heimgesuchtes Dadurch Ausrufenzeichen Ist Vier Zwei Neue Achtzehn Neues Gemälde entstanden Indem du eine neue Indem du neue Kleinlinge retten musst Während du die Kleinlinge rettest werden Neue heimgesuchte Gemälde erscheinen Hin wie nix Muss ich Oh Lol So schießt man einen Drachen heimgesucht Okay Ho Ist das so ne Dauer-Challenge oder was Ho Wir sind auch wieder zurück im ersten Kleinlinge in Kalamitäten Dam 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 Noch ne Braveheart Tussi Pfff Noch ne Braveheart Tussi Katakoppenraserei Murphy Style Murphy rettet immer die Perlen Ah kacke wie hingert der nochmal Wut Na wenn ich mich dran erinnere singe ichs vor Elysium Ja das ist In einem meiner Lieblings Ähm Au krass ich kann das schwingen Du musst die Dingens jetzt stülpen Achso Ähm Eins meiner Lieblings Lieder Hat Ach leck mich doch Hat das äh Da gibt's ne Lüsi Achso Krass dadurch dass du dich bewegt hast ist das Ding natürlich Nicht Fuah Kacke Sklaven Hahaha Eins Sklaven weniger Nein Ich schaff das noch Shit sorry Habe ich fast geschafft Sklaven Ja ich wollte die ja noch retten Ja das äh War der Plan Ah jetzt weiß ichs wieder Freude schöner Götter Frunkenhimmlische Ernsthaft? Ja Oder an die Freude Ja Hätte ich nicht gedacht dass du das jetzt meinst Aber stimmt da kommt ja auch Elysium vor Elysium Dings Scheiße Danke Mein Fehler Ich hab heute was nachdenken Schon vielen Leuten geholfen hat Ich bin grad auf Reflexmodus so Es ist gar nicht so einfach weil ich immer nur die Hälfte sehe während ich mit der Scheiß Hunter vor Ich bin grad in Beethoven los Ja ne ist klar Esel Alle Esel Ach ja Ach ja Nooo Schade es wäre cool gewesen wenn du dir aus der Luft gegriffen hättest Ja Das habe ich mir gerade noch gedacht und da habe ich ihn schon weggehauen Timing mein Freund Ich wollte die Dinger einfach noch retten Wenn ich mal Beethoven spiele Die guten alten Ludwig Pfann Die guten alten Ludwig Pfann See Wait what? Wie bist du durch dieses Ding gekommen? Okay Braveheart Ludwig Pfann Mann Ho Ho Ja Fuah No Da 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 Jetzt bin ich schon voll in dieser Mucke alter Nein Bruder Okay Ich bin eine Frau Ich akzeptiere das Yay! Ha! Was könnt ihr jetzt? Haha Scheiß Flammen ey Wunderschön Wunderschön Ja und jetzt? Ich finde die klingen so ein bisschen wie Pikachu Gleitsch Gleitsch Genialitätsschufe Wayman hat das Gossip Level erreicht Volle Karte Geil Ja Wir wissen du Ich bin Braveheart Ich bin Braveheart Achso Elysia Stimmt ja Du bist Braveheart Cool Krasser Scheiß Wer ist das überhaupt jetzt? Wer ist das überhaupt jetzt? Achso auch ne Axt Achso auch ne Axt Ja cool! Oh wir können neun Charakter oder? Ne 20.000 Jetzt ist das hier ne? Und das ist Ach egal Letztes Mal wollen wir Ach egal Checken wir einfach dieses lustige Gemälde Zeit Time Attack so ein bisschen Ich bin schneller als du Ich bin schneller als du Wait what? 60, 40, 50 Ja um 40 wird der erste abgeknallt Um 50 der zweite und um 60 der dritte So klar Was kannst du denn? Achso Nein! Fettet Gothic Chixe Krass der erste ist weg Oh nein! Wie krass müssen wir denn hier rushen? Jetzt sind wir beide direkt erstmal im Synchronmodus. Ja! Komm schon! Ja schieß mich ab, schieß mich ab! Nein! Nein! Eine Hustlissekunde! Fuck yeah! Fuck yeah! Wiederholen! Das, Alter! Hundertstel Sekunden, dann lass ich doch nicht auf mir sitzen jetzt! Dann hättest du mich mal vorher abgeschossen! Ja! Synchron! Das finde ich total geil! Das... ... ... ... ... ... Ach scheiße! Ah Mist! Okay, du hast dann zurückgeholt! Komm schon! Wey! So, dann habt ihr nämlich auch den Hofnarren! Waka! We were supposed to 9b verlassen! Okay! Krass! Heimgesuchtes Gemälde! Time Trial ist geil in dem Spiel, Alter! Cool! So schieß mal dann drunter! Cool! Alles klar! Sweet! Dann... War's das für heute! Und so! Time Trial Gemälde Gothic Chicks! Du hast du nicht gesehen! Wir machen dann das nächste Mal heute einen Toad's Cave Story grau gelöhnt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen... Oh, okay. Oh, boy. Das nimmt ja nie ein Ende mit den ganzen Bildern hier. Fuah. Okay, alles klar. Nächstes Mal nochmal viel Spaß auf YouTube und auf unserem Kanal. Alles klar. Wir haben heute Waka Waka.